Nehmen Sie Ihre ursprünglichen Plätze ein. Und? Was denken Sie? Die Hälfte der Zuschauer ist gegangen. Das dürfte der Akustik nicht gut tun. Mist. Los, holen Sie ein paar Leute von der Straße. Am besten dicke, dann brauchen wir nicht zu viele. Wirklich? Wie dick denn? Ich könnte meine Frau holen. Mit ihr wäre der Raumschaltung. Hört mal, Genossen. Jetzt haltet mal die Klappe! Ich habe wunderbare Neuigkeiten. Genosse Stalin war vom heutigen Konzert sehr angetan und hätte gerne umgehend eine Aufnahme davon. Die wir aber leider nicht haben, aus Gründen, die vielfältig sind und komplex. Und auf jeden Fall wird das Konzert, das gerade gegeben wurde, noch ein zweites Mal dargebunden. Und dieses Mal wird es aufgezeichnet und wir werden applaudieren. Ja. Ja, ja. Ja, hervorragend. Sehr gut. Entschuldigen Sie, ich werde das nicht spielen. So, kommen Sie. Hier rein. Setzen Sie sich, setzen Sie sich. Sie, Johanna von Orléans, wären Sie gerne tot? Oh, wie mein Vater, wie mein Bruder, so etwa? Die beiden würden wollen, dass Sie leben. Ich weigere mich. Sie können mich nicht zwingen. Kriegen wir vielleicht einen anderen Pianisten? Nein, das wäre lächerlich. Es würde komplett anders klingen. Ich meine, sogar Stalin könnte... Sogar? Ich wollte damit nicht... Sogar Stalin? Ich hoffe, dieses Büro wird nicht abgehört. Natürlich würde Genosse Stalin den Unterschied bemerken. Er ist ein großartiger Mann mit einem großartigen Ohr. Zwei großartigen Ohren. Scharf. Sie sind scharf. Ja, die schärfsten Ohren in der... Der gesamten Sowjetunion. Maria Benjamin Löffner, Sie müssen spielen. Ich habe das nicht so gemeint, was ich gesagt habe. Also haben Sie es gesagt. So wahr mir Gott helfe. Ich werde nicht spielen. Der Herr wird mir beistehen. 10.000 Hohel? 20.000. Abgemacht. Legen wir los. Ich muss... Ich muss... Welchen Arzt habt ihr gerufen? Oh, also... Dieses Thema erörtern wir gerade. Ja, als amtierender Generalsekretär denke ich, das Komitee sollte darüber entscheiden. Das Kom... Komitee? Aber unser eigentlicher Generalsekretär liegt hier würdelos in einer Pisslache. Ich meine, das ist eine klare Anweisung, ihm einen Arzt zu rufen. Nein, nein, das sehe ich anders. Wir sollten warten, bis wir beschlussfähig sind. Beschlussfähig? Dieser Raum ist nur zu drei Viertel bei Bewusstsein. Bist du noch im Schlafanzug? Ja, und? Was? Wieso? Weil ich sofort handle, Labrenti. Entschlossen und ohne jeden Zeitverlust. Ich sag noch, gewöhnlich dran getestet zu werden. Und schon testet dich ein schreiender Mann im Schlafanzug. Trägst du vielleicht auch Windeln? Für ihn kommt das zu spät. Aus dem Weg, ihr Spuchtel! Scheiße! Wo ist denn unser großer Bruder? Sind wir etwa zu spät? Entschuldigung. Er kann doch nicht von uns gehen. Nicht auf diese Weise. Vorsicht, Vorsicht. Oh, aufpassen. Es ist, äh, nass. Sag mal, habt ihr die ja schon vor euch hier? Ja, was glaubst du denn? Das kann doch verdammt. Ich sag doch, es ist nass, verdammt nochmal. Du musst aber schnell hier, Genosse. Ich hab das Rasierwasser weggelassen. Jetzt lass doch mal meinen Anzug los. Ein fesselndes Drama, Herrschaften, aber wir müssen ihn jetzt in sein Bett schaffen. Du nimmst den Kopf. Warum? Du bist der amtierende Generalsekretär. Es ist mir eine Ehre. Wollen wir nicht nachsehen? Halt die Fresse, Mann. Oder willst du vielleicht, dass wir beide erschossen werden? Stalin ist tot. Er ist tot. Stalin ist tot! Oh, mein Gott. Der Genosse Generalsekretär liegt würdelos in einer Pisslache. Ja, ja. Fühlt sich unwohl. Eindeutig. Ich will auf der Beerdigung meines Vaters eine Rede halten. Kein Problem. Theoretisch nicht, aber praktisch gesehen... Als ich sagte, kein Problem, meinte ich eigentlich ein Problem. Entschuldigt mich. Stalin wollte immer ein einiges Zentralkomitee. Wer ist dafür? So beschlossen. Ein... Stimmig. Wir brauchen einen Wandel. Tja, und wer von uns geht dabei voran? Na, das bleibt ja wohl an mir eng. Winterältiges Arschloch. Das Rennen hat begonnen. Wir brauchen jetzt dringend einen Plan. Wie willst du denn beim Rennen Pläne schmieden? Ich hab keine Ahnung, was da vor sich geht. Ich bin der Friedensstifter. Ich mach jeden fertig, der mir in die Quere kommt. Los jetzt! Bewegt euch mal, ihr schlappen Pussis! Folien! Abgeben! Schießen! Erschieß sie zuerst, aber er soll dabei zusehen. Erschießen und vor den Altar legen. Um die Restlichen kümmerst du dich. Wir müssen handeln. Ich brauch dazu deine Hilfe. Ich bin gezwungen, dieses Gespräch zu melden. Androhung von Gewalt. Gegen ein Mitglied des Politbüros zum Zweck der... Was machst du denn für ein Gesicht? Ich hab Deutschland erobert. Ich denke, diesen Fleischkloß krieg ich auch noch klein. Egal, was passiert. Ich werde nicht zulassen, dass Ihnen jemand etwas antut. Vielleicht erschieße ich mich lieber, so wie Mutter. Gültig an Gott! Hat Coco Chanel dir auf den Schädel geschissen? Nein, hat er nicht. Also, Stalin hätte das gefallen. Ich mach für dich weiter. Viel Glück, die Damen! Wisst ihr was? Ihr alle? Leckt mich doch an meinem russischen Arsch! Keine Angst! Es wird keiner umgebracht. Versprochen, Leute!